Moin moin und hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Legend of the Secret. Wir haben dieses Spiel noch gar nicht gespielt, denn ich drücke immer auf den Startbutton. In Wirklichkeit spielen wir There is no Game, also eigentlich spielen wir ein, wir spielen kein Spiel. Wir nicht spielen ein Spiel, sozusagen. Ich drücke einfach mal auf Start. Aber du hast mit der Interface dieses Spiels gepackt? Ja. Ja, das wird wahrscheinlich uns helfen. Ja. Awww. Kapitel 3. Der Gute, der Böse und die Prinzessin. Das sieht sehr gut aus wie ein RPG. Oh, das ist genau das Kind von Spiel, das ich dazu gekommen bin, bevor ich, äh, abendet wurde. Oh. Let's starten mit diesem Charakter. Das ist, was du immer in diesen Spielen machst. Hero, wache. Wake up. Wake up. Der wacht nicht auf. Ah, he's a soundslipper. If I yell any louder, I might saturate my voice. Natürlich. Your precious voice. Der schläft wie ein Stein. How could we wake him up? Vielleicht mit diesem großen Homestein? Er rutscht. Okay. Hat geklappt. Was war das? We've got to read. He is not even voice. Diese Stimme. Bist du das, Gaia? Geist der Erde? Yes, yes. It's us. It's me. Du hast eine ziemlich tiefe Stimme für eine Göttin. I'm not feeling well. Was geht hier vor? Warum klingt ich wie Willi? Die Prinzessin ist in Gefahr? Entführt von dem gerüchtigten Dark Lord? Und gefangen gehalten im Dimensions-Tempel? Davor muss ich aber die zwölf heiligen Federn finden, die auf der ganzen Welt verteilt sind. Und acht kitzelige Wächter erschlagen. Und 50 Sonnenfragmente finden. Ja. Sag ich auch. Die Tür ist verklemmt. Dann geh find die Kie. Es muss hier irgendwo sein. Das ist nicht das schärfste Knie in der Schublade. Sind alle Videogame-Karaktionen stupide, dann? Er ist nicht gerade die hellste Kerze auf der Torte? Oder wie man scheinbar im Englischen sagt, er ist nicht das schärfste Messer in der Schublade. Wo könnte er den bloß hingepackt haben? Vielleicht da oben, wo der hinter dem Schrank baumelt? Das einzige, was wir machen können, ist einen Stein fallen lassen. Ja. Vielleicht können wir ihn ja springen. Nein. Wenn er in der Nähe des Schrankes ist, springen lassen. Gucken wir mal. Lauf. Okay. Da ist ein Schatten erschienen. Der Schatten wird größer. Oh. Cool. What have you done? Nichts. Das ist Opas Truhe. Sie war auf dem Dachboden gelagert. Well, up on it. Maybe the keys inside. Ja. Okay. Kein Schlüssel. Opas Schreinerhammer. Das ist komisch. Scheint kaputt zu sein. Ah, looks like Mr. Glitch has been here. Ist schon okay. Mein Mut und mein Wille reichen aus. Und okay. Especially okay. Genau. Können wir mit dem Hammer... Okay. What happened? Did the glitchy hammer do this? I suspect that it shrinks the spread it hits. What do we do with it? Ja, ähm... Wir können irgendwo draufhauen und irgendwas kleiner machen. Wir können alles kleiner machen. Hey. Alles. Auch den Schrank. Uh. I thought I saw the key behind the dresser. Hinter der Komode. Ich, ich, ich. Ich, ich, ich. Ich komm nicht ran. Anything else would have surprised me. User, a little help. Ja. Ah, okay. Also... Verkleinern. Und Stein fallen lassen. Stopp. Ich hab ihn. It's about time. Ja. Go open the door now, hero. Mach mal die Tür auf, Junge. Was jetzt? What now? Der Schlüssel passt nicht ins Schloss. Er ist zu groß. Unbelievable. There's a key. A door. That's as simple as it gets in the game. Ja. Okay. Ja, wir können den Schlüssel verkleinern. Passt er jetzt? Ja. Die ist offen. Perfect. We can finally get on with the game. Hey. The quest I mean. Genau. Quest. Ist ja kein Spiel. Wup. Mit grüner Landschaft. Mit dieser Schwert-Animation. Huch. Was ist das denn? Da oben eine Tasche. Tasche. Und ein paar Herzchen. Der Weg zum Tempel wird durch diese Büsche versperrt. Ja. Das Schwert des Lebens könnte es tun. Die Dorfbewohner sagen, es befindet sich auf der magischen Lichtung im Westen. There's sort of life. Okay. Here, that sounds like a good idea. Ja. Dann geh mal. Be careful. Vollidiot. Was? Was hier? Did you not see the hole? Nein, ich denke nicht. Ich muss vorsichtiger sein. Ja, er ist ein kleiner Vollidiot. Er ist nicht das hellste Messer in der Kiste. Grüne Landschaft. So, Herzchen. Ich wollte mal in die Tasche gucken. Okay, was macht er? Okay. Er ist ein... What? Er ist ein kompletter Vollidiot. Was ist passiert? The hole. There's one hole in the path and you fall right in. Diesmal wird es mir nicht erwischen. They should have called this game Legend of the Lemmings. Ja, ich habe den Untertitel schon gelesen. Grüne Landschaft. Drei Herzen, Tasche. Ich wollte auch endlich mal in die Tasche gucken. Stopp! Don't go falling in that hole again. Welche ein Loch? Just not move until we find a solution, okay? Alright. We're gonna have to cover that hole. But with what? Ähm, können wir den Home-Button drauflegen? Nö. Können wir es verkleinern? Nö. Können wir hier eigentlich irgendwas verkleinern? Dich können wir verkleinern, aber das bringt nichts. Ich gucke einfach mal in die Tasche. Äh, Sonnenfragmente 0 von 50? Wir können einen Bruch bauen. Heilige Federn, 0 von 12. Kitzliger Wächter, 0 von 8. Ah, das sind die Sachen, die man im Spiel machen muss. Und eine Karte. Okay, wir können auf die Karte klopfen. Let's try to find a board somewhere. Anywhere. Ich, ja. Klingt wie Holz. Oh, ist wieder groß geworden. Zack. Wir können alles verkleinern. Auch wenn es nichts bringt. Nee, ähm, raus aus der Tasche und einmal das Brett da über den Boden gelegt. Oh, that's smart. Ja, ich bin so klug. K-L-U-K. Okay. Das Schwert ist auf der anderen Seite dieses Sees. Die Dorfbewohner sagen, dass es auf dem Grund des Sees einen verdunkenen Palast gibt. Aber da ich nicht schwimmen kann, werde ich das nie untersuchen können. Oh, you will probably have to unlock the amphibian skill. Äh, ja, aber wäre ich nicht besser, wenn ich unter Wasser atmen könnte? Oh, I'm sure it doesn't have any intel points. Ja. Null Intelligenz. Das gab es übrigens... Nein, die sind nicht zufällig da. Aber das gab es auch bei, ähm, bei Fallout. Da gab es auch, äh, quasi unintelligente Builds, wo man sozusagen nichts auf Intelligenz gesetzt hat und dann einen Vollidioten gespielt hat. Uh. Oh, ja, können wir dann... Okay. Also wir können die Seerosenblätter hin und... Äh, was ist das? Sieht aus wie die königliche Truhe aus dem verdunkenen Palast. Ja. Oh, ähm, ein... Das Monokel. Es gehört dem König des Abgrunds. Es sieht auch zerbrochen aus. Wie schade. Ich hoffe, mit dem Schwert des Lebens ist alles in Ordnung. Wearing a monocle underwater? Ridiculous. Anyway, now we've got another glitchy object. Hm. I wonder what this... Ah, the monocle unnudges the Sprites and the Hammer brings them. Very interesting. These two tools are going to be very useful as we move through this world. And of course you will be able to create chaos. Oh. Oh, the weight of the chest sank the lily pad. User, you're more talented than I thought. Ja. But we all know you didn't plan it. Hm. Jetzt müssen wir die Rosenblätter nur übereinander kriegen und dann einmal rumschieben, damit unser kleiner Held darüber laufen kann. Und sie natürlich vergrößern. Anyway, now we should be able to get good. Now we're making progress. Careful not to move too much, hero. Das legendärischwert des Lebens. Looks more like a copy of Excalibur. Schön. Ich hoffe, ich bin seiner würdig. Ja, das hoffe ich auch. Ähm. Ähm. Oder auch nicht. Ich steck fest. Ah, komm an! Schau weiter! Ja, streng ich an, kleiner Mann. Ach, gut. Ähm. Es muss ein bisschen Muskeln underneath die Spiegel. Wir können den kleinen ja vergrößern. Oh. Und? Ich kann fühlen, wie sich das Schwert bewegt. Noch ein bisschen und ich kann nicht rausziehen. We should give him a hand. Das Schwert vielleicht? Nein. Ich wollte das Schwert kleiner machen. Aber das geht nicht, oder? Ich muss ihn größer machen. Und dann einmal ein bisschen Erdbeben auslösen. Oh. Das hat sich bewegt. Das hat sich bewegt. Yes, keep it up. Mach ich. Ah, I wasn't talking to you. Ah. Nochmal vergrößern. Und. Hup. Hup. Oh. Oh. Ich hab' ich kaputt gemacht. Ja. Weißt du, was das bedeutet, Gaia? Und dass du der größte Incapitant Hero in der Geschichte des Videogames bist? Ja. Äh. Wahrscheinlich. Aber es bedeutet auch, dass das nicht das Schwert des Lebens ist. Ich werde nie in der Lage sein, die Prinzessin aus den Fängen des Dark Lords zu befreien. Alles wegen ein paar Brüchen. If this sword isn't the sword of life, where could it be? Gaia, hilf mir. Ich flehe dich an. Spende mir Trost, Kraft, Tapferkeit. Oder eine Heckenschere. Hm. Okay, gut. Äh. What are we gonna do with this broken sword? Eigentlich nicht. We use it as a tool? Ähm. Ich hab' da ne Vorahnung. Der Lebensbalken ist mit ner Schraube festgemacht. Ha. I see your screw detector is still working. But don't try to use that broken sword like a screwdriver. You can see the end doesn't fit. Unless you can find a way to flatten the end. Hm. Vielleicht kann ich meine übermenschlichen Kräfte nutzen. We know how that turned out. Ähm. Moment. Kitzliger Wächter. Wir können ihn nicht kitzeln, aber er scheint wohl. Ah. Ah. Now there's no way we're gonna be able to cut anything with. Ja. Ja. Gut. Das war jetzt mehr Zufall, dass ich hier einfach mal, weil... Ich kann ihn zwar vergrößern, aber das bringt ja nichts. Gut. Also, wir haben jetzt einen Schraubendreher. Damit können wir den Lebensbalken abschrauben. Auch wenn ich noch nicht weiß, putz. You've broken another interface, user. Okay, gut. An interface that's strangely resembles a sword? Sieht aus wie ein Schwert. Could it be the sword of life? Wer weiß? It doesn't matter. Should do the trick. Ja. Und das werden wir erst in der nächsten Folge erfahren. Denn hier ist Schluss für diese Folge. Nein, werde ich nicht. Das werde ich erst in der nächsten Folge machen. Heißt, äh, falls euch dieses Video gefällt, Daumen nach oben. Falls ihr was sagen möchtet, in die Kommentare. Wenn ihr wissen wollt, wann Videos kommen, 15.30 Uhr, dann abonniert mich. Und wer mich abonniert hat, der vergisst nicht, drückt die Glocke. Ich sage Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.